ARD Text im Auftrag von Funk Und keine Muni mehr, super Na? Man sollte vorher zielen Bleiben Ja, ist gut Meine Fresse Die Viecher sind echt nervig, ey Ähm, wir haben Zurzeit aber irgendwie so ein Problem mit diesen blöden Modifikationen So Und jetzt Was Was war das? Könnte das eventuell der Sägezahn gewesen sein, den wir umprogrammiert haben? Das ist fertig? Diese Scheiß, drei Viecher töten, dann ist fertig? Halt Wollte ich ja gar nicht Alter Und deswegen bin ich zweimal verreckt? So ein Scheiß Kann ja nicht wahr sein Da liegen noch zwei Sachen, da hinten liegt auch noch was in der Gegend rum Dann hole ich das erstmal Und Reinholz Reinholz ist ganz wichtig Haben wir nämlich nicht mehr Alles schon verbraten Das ist aber auch Wahnsinn, was diese Teilweise diese Pfeile dann später kosten So, dann wartet auf uns eigentlich ja nur noch Das hier Tendlich würde ich aber eher da drüber gehen Wieso laufe ich eigentlich? Ich laufe in dem Spiel eindeutig viel zu viel Hä? Da hinten ist er Oh Da Herman Das hörten Auf geht's Oh man trotzdem absteigen will doch den blöden Fuchs einsammeln so die frage jetzt reiten wir überhaupt in die richtige richtung nein tun wir nicht müssten eigentlich darüber na der gehört nicht uns der gehört nicht uns schnell dran vorbei ich mein sehr getan also ist jetzt mehr nicht so die herausforderung aber muss ja nichts man muss ja nichts herausfordern ich habe jetzt irgendwas komisches gehört gut das heißt ab darüber zum lagerfeuer und dann würde ich sagen schauen wir uns mal an wo diese blume ist hallo sehr getan ach guck an gucken was passiert wenn wir jetzt da ist kann denn die vorbei weiten ist immer noch geil dass mitten in diesen viechern volles lagerfeuer ist so das ist jetzt hier na und wow da geht es mal ordentlich nach oben da geht es lang was 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 willst mich doch verarschen man schnell speichern was ist dieser scheiß vogel komm her du misstviech das ist aber dummerweise nicht nur der eine das ist mir jetzt irgendwie das ist nicht gut das ist gar nicht gut das ist ganz große kacke sogar ja ich weiß das ist vielleicht suboptimal dagegen zu schießen aber lädt mich fett tschuldigung Das hast du dir selber ausgesucht, Freundchen. Alter, ja, ist ja gut. Ist das Fichte oben jetzt kaputt? Ich sehe aber auch nichts. Äh, ja. Komm, noch ein Stückchen runter, noch ein Stückchen runter, oder? So. Das war dann der zweite. Der muss jetzt auch runterkommen. Wir müssen gleich zwei fette Bomben, damit ist der auch weg. Na komm. Juhu. Ich würde sagen, erfolgreich alles platt geholzt. Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Alte Halskette. In Rohstoffe. Ne. Andere Rohstoffe? Was nicht? Schatzkiste? Äh, ne, waren schon Rohstoffe, ne? Ja. Da ist zumindest das Zeug mit drin. Ich frage es nur, was können wir hier wegschmeißen? Kühlsaft zum Beispiel. Puh. Okay. Ich glaube, ich bin sicher. Wenn das andere Viech, das hängt da oben irgendwie drin, da kommen wir auch nicht hin. Schätze ich mal. Schade eigentlich. Aber kann man wohl nichts machen. Ehrlich gesagt war ich froh, dass der da oben drin hängen geblieben ist. Das ist glaube ich irgendwie ein bisschen heavy geworden, mit den Viechern hier auf freiem Feld zu kämpfen. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Genau, richtig. Die Kiste hatten wir schon, ansonsten. Da hängt der Ast rein drinnen. Jedenfalls. Mhm. Ich hatte aber diese Blume schon mal irgendwo gesehen. Wo sind die jetzt eigentlich hin verschwunden? Ach, da drüben. Ich habe sie gesehen. Da ist das Blümchen. Sehr schön. Eine mehr in unserem Inventar. Ja. Das bedeutet, rüber zu der Blume, dann in die Brutstätte. Und dann widmen wir uns mal wieder ein paar Quests, würde ich sagen. Das ist wieder irgend so ein anderes Viech. So, wie schaut's aus? Eigentlich nur... Ja, geradeaus. Na. Falscher Weg. Ich kann bestimmt auch Maschinen wie dich vorbrücken, wenn ich die richtige Brutstätte finde. Ohhhh. Weg. Geh weg. Wir müssen blöderweise aber in die andere Richtung. Kacke. Puh. Gut. Okay. Ich gehe ihn erst mal aus dem Weg. Ich würde sagen, das ist die einfachere Blume. oder die einfachste von allen. Und das Mistviech muss jetzt natürlich voll auf uns zulaufen, ist ja klar. Na komm, schwimm. Sonst wird das gleich ein ganz ekliges Ende nehmen hier. Hui. Was ist denn dieses Blöde? Was ist denn da drüben? Was ist denn da drüben? Wie gesagt, Reinholz ist gerade irgendwie so ein bisschen bei uns aus, deswegen sammle ich das Ganze hier noch ein. Ich glaube, wir hatten fast irgendwas an die 1000 Reinholz, auch durch die Kisten und sowas. Das war ja. Gott, wer weiß wie viel solche Dinger da drin. Ziemlich heftig auf jeden Fall. So. Das Lagerfeuer hätten wir, das heißt, wir gehen jetzt direkt in diese Brutstätte rein. Ich sehe schon, das könnte relativ einfach werden. Scheiße, das war jetzt vielleicht nicht so gut. Was machen die hier? Das Viech wollte ich eigentlich nicht rufen. Aber da wird sich, glaube ich, gleich mit den Soldaten dabei hängen. Oder auch nicht. Das bist du in der Tat nicht. Bist du in einer Basis mit irgendwelchen anderen Leuten und mit mir, mein Freund. Schöne Scheiße, jetzt ist das natürlich verkackt. Warum? Warum? Was? Es ist ruhig angesagt worden. Ihr habt mich gar nicht gesehen? Mit Unter promotes sex. Ja, du. Ich bin dochqualified. Ich bin forcé ein coughing aver propia oder mit dem Gl Mentor. Ich habe wollte meine Roadshowpician sicher noch gar nichts erzählen. Pier Allah hat jemand denn jetzt..? Was ist das? ihr wisst nicht wo ich bin sollte auch so bleiben zeigt ein köpfchen mein freund scheiße ich glaube das war es ich dachte eigentlich nicht dass man hier oder dass so wenige da sind ich dachte das sind mehrere bzw dachte nicht dass ein banditenlager vor einer brutstätte ist kommt man denn darin da ach so es ist da jetzt noch drinnen gewesen lohe kühlsaft und eine schockfalle na gut davon sollten wir eigentlich noch genug haben und eigentlich dachte ich unser blödes reitviech ding sie macht hier alles platt aber diese banditen haben sie ja überhaupt nicht interessiert irgendwelche schlüssel das ding hat durchschlag ich sehe haben sie von diesen läufer teilen auch also von diesen krebs viechern die dinger hier panzerwanderer genau haben sie auch die behälter hier rumstehen oh warte mal da oben sind noch welche es könnte lustig werden da hinten sind noch zwei das könnte vielleicht sein dass sie drinnen rum latschen nicht identifiziertes signal aber wie kommt man da hoch also direkt stufe 18 wir haben stufe 34 also es sollte eigentlich easy sein da reinzukommen ich frage jetzt nur wo ist der eingang davon ach das ist eine tür jetzt macht sinn zwei jungs sind da hinten das glaube ich nicht gut das war irgendwie vielleicht ein bisschen doof jetzt gehandhabt aber gekillt haben sie einen pfeil haben wir leider abgekriegt aber was soll's der sollte uns nicht so viel schaden gemacht haben da können wir mal alles einsammeln sammeln 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 das hier war mal eine blutstätte aber die wildnis ist eingedrungen rostiger schrott auch rostiger schrott was braucht man das rohstoff lohnbehälter du siehst sie sie sehen dich nicht ja tun sie oder tun sie nicht wenn du nicht weiß was es ist lass es verdammt noch mal in ruhe zack und aus was geht ab man ha 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 so viel platz Ja gut, es ist Es ist eine schöne Es ist eine schöne Behausung, sag ich mal Wenn nicht tief im Keller Ganz viele Maschinen produziert werden würden Wäre das für diese Zeit Ein schönes Plätzchen Ich meine gut, du könntest Rein theoretisch gesehen Ja, ist recht Du hättest Ach Quatsch Du hättest Man hätte rein theoretisch Mauern ab einer gewissen Tiefe Bauen können, sodass die Viecher Da nicht reinkommen, aber Es muss ein Höhen Einsturz gegeben haben Und er muss heftig gewesen sein Ja, da sind zwei Langhalse Da drüben ist einer Und da ist einer Vorratskiste Ich würde eher interessieren Da unten laufen zwei Gucken, ob die an den Lohnbehältern Vorbei latschen Dann jage ich den ganz einfach hoch Der um Es ist die Frage Ich glaube ich jagt die zwei da unten hoch Vielleicht schaffe ich auch den dritten da noch Sieht zumindest schon mal gut aus Und man hat einen Überblick Was uns noch so erwartet Es sind noch genau fünf Von diesen Typis Aber die sollten eigentlich keinerlei Herausforderungen darstellen Ansonsten Krallmanns die einfach so Oh, hoch Ach, da sind noch zwei Scheiße Das ist auch voll daneben gegangen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal